schläft die gerade ein ein bisschen so scheint nicht so spannend zu sein deine geschichte wie er kopf geworden ist okay ich breche das war sich also ich habe gedacht die reden halt die ganze individus deswegen wollte ich deswegen dazwischen nicht irgendwie quatschen aber ist halt echt viel pause einfach jetzt haben wir wieder ein video wo sie einfach nur die ganze zeit zuhört weiß ich gebe ich den falschen text ein oder was dass wir immer diese seite bekommen anstatt die andere seite mal wo viel erzählt wird außer gerade natürlich die märchenstunden die wir mit ihm hatten da hat er viel erzählt das stimmt schon aber da sie gesagt hat du hast so viele fragen bla 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 scheint david ein kopf zu sein ja was no it was You are good. Um, well, I come from France, as you know, from Paris. My father was a judge, a powerful man. And when I was in school, I was sleeping with a guy who was a criminal. This upset my family. They were worried about a scandal. So my father sent me to America to study. And this is where I met my husband. He worked in a bank. He made a lot of money. But he treated me badly. And so I told authorities about his insider trading. I divorced him while he was in prison. But now I had no money and I had no education. So it's a man's world, Devi. But doing this, I get paid for it. And I can make men disappear like this, with a butt. Which is quite something. Not all the guys are like you, Devi. You know, I crossed my heart. Oh, look. Here. It says, Max. That was my first boyfriend. The criminal, he did the tattoo himself. It hurt a lot. He did not need his name on me. You do not trust me. Are you going to be one of my regulars? No. You just turn up. Deep. Big. Bye. Okay, sie nennt ihn Devi. Danach, das hab ich mir natürlich grad auch aufgeschrieben. Insiderhandel hab ich mir mal aufgeschrieben. Ähm. Streaming through this camera. You go on the streets. And you put yourself on the light. You put your life on the line. In a way I have never done. So if I turn this camera off, I walk out this room. That's me. None of these men even know my real name. Now would I lie to a federal agent? No, you're going to bug me about my real name. I tell you a true story. I used to work in real estate. I would take a man to look around apartments. I'd go into these places on my own, knowing at any moment they could jump me. I'd take my heels off at the entrance, and I would make sure that it was in a sexy way. And then when we would get to the bedroom, and then when we would get to the bedroom, I would sit on the bed with the garters and a short skirt. You know what I was doing? I was selling him a fantasy. No contract. No safety. I felt I gave more of myself selling apartments to men than I do here. No, 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 in, uh, here, in New York, before I start the cameo, there was a girl who put me on it, um, it was a model we used for bedroom video shoots. She told me how much she earned during her work, and I was intrigued. She was a brunette, and tall, like your police station man, but you would have liked her. Careful, Devi. That sounded like an admission. Shouldn't you have your lawyer present, or...? Hmm? I promise. We get to know each other better, I tell you. I'll give you my real name. Be safe out there. You are one of the good guys. Findet ihr das bis jetzt spannend? Oha, doch nicht nur Cop, was? Ja, genau. Äh, ich hab mir grade Federal Agent mal aufgeschrieben. Ähm... Ich bin eigentlich nur grade neugierig so auf ihre Story. Ich weiß gar nicht warum. Die anderen interessieren mich grad eigentlich gar nicht so. Ähm... Also sie war früher Balletttänzerin, dann, äh, hat sie in New York vor dem, aber ganz unmittelbar vor dem Camp hat sie ja nicht Ballett, sondern dann hat sie halt, äh, Immobilien verkauft, ne? Okay. Dann hatte sie einen Mann schon, sie war schon verheiratet, der war aber scheiße zu ihr. Den sie dann verraten hat und der jetzt ins Gefängnis gekommen ist. Also ihre Story finde ich bis jetzt ziemlich interessant. Ich wüsste gern, was sie noch alles erlebt hat, weil so alt sieht die gar nicht aus. Wie das, was sie da alles schon erzählt hat. Ja. 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 Ich hab's nie gesagt diese Story nicht mehr beispielen. Mmh. Before. You better drink. You look thirsty. You better drink. Hat sie gerade mit ihm telefoniert und gleichzeitig über Webcam gesprochen, oder was? Äh, okay. Äh, ich hab immer Max notiert. Ah, war was von der ohne? Okay. Was it wear this on camera for you or what? Wait for your next royal visit? Last time you were here, we didn't even screw. Look, look, I've made peace with this. I've made peace with the fact that you're off on some crusade, and I'm making do, but don't pretend like I'm... Don't send me lingerie. Oh, God, someone left them for me at work, okay? Don't look at me like that. That's the way Papa used to look at Mama. It's poison. And Mama has been entirely dependent on me for love for 30 years, and I'm not gonna do that to Alba. Look, I'm not talking about... I mean, just don't... Don't... Send me underwear. Okay, well, give us a warning next time, because it freaks Alba out when you just show up. Okay, I gotta go to work. Happy Valentine's Day. Oh, Valentine's Day, okay. Ich hab mir Alba aufgeschrieben. Jetzt wissen wir mal, wie seine Tochter heißt. So, was nehmen wir denn als nächstes? Ähm... Dum, dum, dum. Was hab ich... Cam hab ich genommen. Streich ich mal hier auf meinem Zettel durch. Wir schreiben mal Pookie, ja? Warte. Wüsste nämlich gerne, wer ihn da besucht hat. Äh... An dem einen Abend. Hey, Pookie! I just meant to be affectionate. Want some out of bed. Schätzchen? Hat der noch einer am Start? Das ist dein Ernst, oder? Ja. Too kinky. Anyway, I'm socked in. They're installing my big screen on Sunday, and I've got a Mile Night Mall presentation next week. Buy a Chevy. Prove you're American. Call me when you get there. Uh, that dude never could get Goldie Hawn. Thunder. Yeah. Detroit? Nice. Okay. Oh. Jetzt krieg ich auch Bock auf Popcorn. No! No! Help me Marvin! Help me Marvin! Help me! Help me Marvin! I forgot about this part. Get me out of here! Get me out of here! Oh, God! Help me Marvin! Get me out of here! Get me out of here! Ha 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 ha! Oh, Marvin! What have I got to do with no legs? Ha 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 ha! Look at your face! Ha 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 ha! Oh, he's... He's pissed. Oh. I'm sorry, man. I gotta do something to break up the monotony. Now, I'm bored as hell. Don't take it personal, old Marvin. I'm just a restless guy. That's why I travel around so much. Mm-hmm. Like I told you. You know? Uh... I guess I get it from my daddy. He was a traveling salesman. He sold hairbrushes in Kentucky? Oh. Oh. Oh, he raised hogs and then he sold hairbrushes. You can't say you never pulled anybody's leg before. Ha 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 ha! Station bell rings, horn honks. I'll get it. I'll get it. Ha ha ha! Can I help you, ma'am? Unleaded, alright. Alright. Hey, is that WJBL on the radio? That's what it is, alright. That's the 60s station. I'll listen to that all day. You know what they say about the 60s, don't you? If you can remember them, you wasn't there. Ha 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 ha. You want me to check under the hood, ma'am? Oh, gee. You come to Detroit and you rent a Beamer? That's like going to Germany and eating Jimmy Dean sausages. Oh. In Tennessee, I never saw cars like this. I was 22 before I knew foreigners made cars. Uh, yes ma'am, I'm a- Oh, he's southern. I'm a southern boy. I'm Billy Ray. Named after the scoundrels. My momma thought it might have been my daddy. Oh, he's southern, okay. All right. All right. Uh, is that cash your card, ma'am? Ma'am? Be-be-beg-beg-beg-beg your pardon? Will MasterCard do? All right. All right. That's the other one. That'd be just fine. You? I do? Oh. I never went to Mexico. I didn't mean to. Well, I don't know what to tell you, ma'am. You want to sign that? Yeah. It was good looking. Well, you have a nice day then. Ma'am? A tattoo? No. No. I don't have a tattoo. Uh-oh. Here it comes. Hope nobody's looking. There. Satisfied? Now, I got some shrapnel there. I took that in Vietnam. All right. It's all down my right side. Meaning what? He was very much against killing. Sorry. Sorry, ma'am. What do you mean? Of course it is. They're, like, meant for each other. What? Come on. I'm trying. I mean, I'm doing an Australian, playing an American, putting on a southern accent. There's a lot of layers here. Are you saying that you're recasting me? Wait till you hear from my agent. But you are attracted to me? Okay. 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 Ich habe es nicht einfach von sich überzeugt. Und ich habe mir gerade vorgestellt. Äh, der isst ja die ganze Zeit Popcorn während der Szene. So. Da habe ich mir vorgestellt was ist denn, wenn er diese Szene, der hat er ja mit Sicherheit nicht beim ersten Mal direkt perfekt eingespielt so. Äh, wenn er sich irgendwie versprochen hat, oder das ist einfach von der Emotion her und nicht so perfekt war. Keine Ahnung wie oft er diese Szene wohl nachgespielt hat und ob er vielleicht 2, 3 Kilo zugenommen hat, weil er so viel Popcorn gegessen hat. Das habe ich mir gerade vorgestellt. Gut, ich meine, ich muss es ja nicht ähm, es muss ja nicht sein, dass es mit Zucker war oder so. Vielleicht einfach nur so, äh, weil ich habe mir gerade vorgestellt, wie der echt den ganzen Tag irgendwie nur Popcorn gegessen hat, weil er diese Szene immer wieder neu gespielt hat. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie gut er ist. Vielleicht hat er für die Szene auch nur zwei Anläufe gebraucht oder so. Ähm, ich finde die Videos echt alle immer ein bisschen zu lang. Also, das haben die im ersten Teil wirklich, wirklich besser gemacht. Ähm, okay. Aha. Sie ist also Popcorn. Gut, dann ist es eine und dieselbe Person. Was kann ich da bei mir selbst in Detroit? Ich liebe dich und ich liebe dich. Bye. Oh, 100%. Do you see his mustache? Lightning. Detroit, Michigan! Ja! Ja! I'll be this guy, okay? Billy Ray, you gonna sleep down there? Oh, sorry. Hold on, bro! Ha 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 ha! Damn it! Wo bin ich first. , bitte. Hallo, genau. Ich bin der cabinets. bin der cold. Da bin ich mit einem 보respirat in der Cageze. Oh, nein. 비트, Milan haben wir zu der